Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich kann mich nur jetzt schon bedanken. Vielen lieben Dank für die ganzen coolen Kommentare, die ich nur in den letzten vier Videos von euch bekommen habe. Ich habe vor ein paar Wochen, das ist schon ein bisschen länger her, versucht was zu härten. Da werde ich dir heute im Video so ein bisschen zeigen, was daraus geworden ist. Die Leute auf Instagram haben es schon gesehen, aber ich habe einen großen Teil mitgefilmt. Den wirst du heute zu sehen bekommen. Dann werde ich gleich noch ein paar Worte hier über diese Teile, über diese Masken sagen. Und was es mit denen auf sich hat, warum es die im Moment auf den Shop gibt. Da werde ich ein paar erklärende Worte dazu sagen. Ich denke, die sind ganz wichtig. Und ansonsten gehe ich natürlich, wie in jeder Folge Neuigkeiten, auf deine Frage ein. Ich habe vor ein paar Wochen ein Drechsel Eisen selbst gebaut. Das hier ist das Drechsel Eisen, das ist ein eigenes Video auf meinem YouTube-Kanal. Und da zeige ich dir einfach, wie wir uns hier diesen schönen Griff drechseln. Den haben wir nämlich abgepaust von einem alten Griff. Und ich zeige dir, wie wir hier diese Klinge herstellen. Ich habe übrigens vor ein paar Tagen hier noch ein bisschen Harz reingefüllt, weil ich vor einem anderen Harz-Projekt, Epoxy-Projekt, Rest übrig hatte. Und da habe ich den Griff hier noch eingeklebt. Und ich sehe gerade, dass das Harz hier vorne ein bisschen über die Schneide gelaufen ist. Nicht schlimm, werde ich das nächste Mal einfach abwickeln. Na ja, geht jetzt schon ab. Da gab es ein paar Fragen von euch. Eine Frage war vom lieben Rebe Werkstatt. Und seine Frage war, habt ihr schon mal alte Pfeilen für Drechsel Eisen genommen? Ich kann euch nur sagen, dass der Vorbesitzer von meiner alten Drechselbank sich relativ viele Drechsel Eisen aus alten Pfeilen gebaut hat. Also hat das wohl wahrscheinlich funktioniert. Ich habe das bis dato halt noch nicht gemacht, weil mir das einfach nicht so gefällt mit der Griff-Haptik. Ich will nicht einfach an so eine alte Pfeile greifen. Habe ich nicht so Lust drauf. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Aber die Leute, die schon mal Drechsel Eisen aus Pfeilen gebaut haben, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Beim Drechsel gibt es natürlich nicht nur Schaber und Meißel. Beim Drechsel gibt es ja auch Röhren. Diese haben halt einfach hier so eine Röhrenform. Und da wurde ich gefragt, ob man die selbst auch herstellen kann. Die Frage kam vom lieben Ralf. Grundsätzlich kann man alles. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Außer halt eben so die Möglichkeiten, die mir gegeben sind. Und unterm Strich war es mir immer ein bisschen zu aufwendig, eine Röhre selbst herzustellen, weil die halt wahrscheinlich auch im Endeffekt nicht perfekt gerade wird. Dann wird die halt einfach nicht so einen coolen Look haben, wie so eine gekaufte Röhre. Und aus dem Grund würde ich einfach sagen, okay, es funktioniert. Aber unterm Strich sei damit gekauften Drechsel Eisen ein bisschen einfacher, entspannter unterwegs. Außer das Projekt an sich ist halt einfach Ziel von dir oder von irgendjemandem. So wie das Meißelprojekt Ziel war, ein schönes Werkzeug herzustellen. Also um es nochmal runterzubrechen, es wird funktionieren. Musste ich halt schlau machen, dass es funktioniert. Aber für mich hat es bis jetzt keinen Sinn gemacht, das halt eben selbst zu machen. Dann habe ich noch vom lieben Nebukadneser einen Kommentar bekommen. Der ist für alle nützlich, die auch ihre Drechsel Eisen an einem Doppelschleifer, also Trockenschleifen, hat einfach vorgeschlagen, mal Metall zu holen, was sehr, sehr schnell schon beim Schneiden blau anläuft. Damit kann man halt eben gut üben, am Trockenschleifer seine Drechsel Eisen zu schärfen. Ist vielleicht für den einen oder anderen Mal ganz interessant. Dann habe ich eine Frage, oh, das ist viel zu nah, eine Nachricht vom Billy Art bekommen. Hallo Philipp, kurz und knackig, sehr schön und effektives Werkzeug, top. Die Schnellspannenvorrichtung am Doppelschleifer ist auch sehr interessant. Magst du die mal vorstellen? Gute Zeit und gesund bleibt daheim. Vielen lieben Dank. Du natürlich auch. Damit meinst du sehr wahrscheinlich hier diese Schärfvorrichtung. Ja, die findet ihr jetzt auf meinem Shop und es wird bald zwei Videos geben, einmal wo ich das komplette Setup hier baue. Diesen Doppelschleifer hier habe ich ja auch lackiert und hergerichtet. Habe hier an der Drehbank die Metallhülsen gedreht. Gibt es bald ein Video, ich glaube am Donnerstag oder am Freitag. Und dann wird es noch ein eigenes Video geben, wo ich euch alle Vorrichtungen zeige, wie man die benutzt. Ihr habt halt einfach die Möglichkeit, einen ollen Doppelschleifer zu holen, wie ich das in diesem Fall hier gemacht habe. Da müsst ihr hier einfach diese Exzenterspanner unterschrauben. Und genau, dann habt ihr hier solche Zusätze, die könnt ihr halt an beide Seiten reinschieben. Und was mir halt wirklich beim Arbeiten aufgefallen ist, was super cool ist, ich habe jetzt in der Vergangenheit immer links meine Schaber geschärft und ich belasse hier diesen Winkel auch meistens so bei, damit ich einfach die Schaber zack direkt schleifen kann. Und auf der rechten Seite stelle ich es dann meistens so ein, dass ich die Röhren schleifen kann. Holen wir jetzt einfach mal hier eine Formröhre. Und beim wirklichen Arbeiten ist es halt jetzt super praktisch. Links schleife ich die Schaber, rechts schleife ich die Röhren. Das sind am meisten so die beiden Werkzeuge, die ich am meisten benutze. Und es geht einfach super schnell. Aber das seht ihr dann alles in dem Bauvideo von diesem Doppelschleifer. Und dann gibt es wie gesagt noch ein eigenes Video, wie man die Eisen schärft. Ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung. Und dann gibt es jetzt auch endlich einen Spanthuder bei mir auf dem Shop. Und da habt ihr halt einfach eine Übersicht. Wie gesagt, ich will euch in diesem Video nicht zu viel langweilen. Das gibt es jetzt online. Ich verlinke auch das in der Videobeschreibung. Und ihr werdet halt einfach das jetzt in den nächsten Drechselprojekten sehen. Und dann gibt es so peu a peu ein paar Informationen dazu. Ich denke, es ist halt relativ wichtig, dass ich das hier jetzt nicht zu vollbombe, nur mit Eigenwerbung. Das, was ich euch halt hier zeige, ist halt auch so ein Punkt, was ich dann im Großteil über die Woche hier mache. Ich organisiere so Sachen, schaue, dass das alles läuft. Deswegen denke ich halt auch schon, dass es Sinn macht, das anzusprechen. Und vor allen Dingen mache ich halt für mich Werbung und halt nicht für eine andere Firma, für die Leute, die es stören könnte, dass ich Werbung mache. Vor ein paar Wochen habe ich versucht, mal ein Drechsel-Eisen zu härten. Das wurde daraus kein gehärtetes Drechsel-Eisen. Ein flüssiges Drechsel-Eisen wurde daraus. Ich will nicht zu viel babbeln. Hier gibt es einen kleinen Ausschnitt vom Härteprozess. Heute werde ich mal was ausprobieren und ich weiß noch nicht, ob es funktionieren wird. Ich werde als erstes mal meine Drechsel-Eisen-Kiste rausholen mit Eisen, die ich nicht so benutze. Hier sind speziell ein paar Drechsel-Eisen drin, die ich von der Form richtig cool finde und ich sie auch ganz, ganz gerne öfters benutzen würde. Da gibt es aber ein großes Problem, weswegen ich sie halt nicht so oft benutze. Das hier sind die Drechsel-Eisen. Die haben eine schöne Größe, ein wirklich sehr, sehr schönes Heft. Hier haben wir noch eine kleine Prägung. Hier kann man es besser lesen. Hugo, Paffenhof, Remscheid, V. Wie gesagt, das hier sind ein paar Drechsel-Eisen. Das sind alles unterm Strich Vormöhren, die ich gerne benutzen würde. Da gibt es aber ein großes Problem. Scharf sind sie, scharf bekommt man sie. Also hier die Form ist gut und, 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 und. Aber einen ganz, ganz großen Nachteil haben hier diese Drechsel-Eisen gegenüber meinen neueren Drechsel-Eisen. Da kann ich auch einfach mal ein Eisen aus meiner Kiste hier rausholen. Und das ist grundsätzlich das Material. Dieses Material hier kann man sehr, sehr gut schärfen und man kann danach auch sehr, sehr gut drechseln. Das Problem hierbei ist einfach, dass hier diese Drechsel-Eisen die Schärfe gar nicht lange halten. Das bedeutet, wenn ihr ein Stück Buche-Drechsel habt, ihr so nach 20 Sekunden nicht mehr so wirklich die ganz frische Schärfe. Nicht so wie bei hier diesen Eisen. Grundsätzlich sind hier diese Drechsel-Eisen also nicht schlecht und ich kann mir auch nicht so vorstellen, dass das Material das schlechteste ist. Denn ich denke mal, damals werden die nicht irgendein Billig-Eisen geholt haben, um solche Drechsel-Eisen draußen zu fertigen. Ich denke einfach nur, dass die Nachbehandlung hier vielleicht nicht so gut gewesen war oder man das noch ein bisschen verbessern kann. Aus dem Grund werde ich heute mal ausprobieren, hier dieses Drechsel-Eisen zu härten, damit sie einfach die Schärfe länger halten. Ich habe euch dazu, als dieses Projekt quasi angefangen hat, auf Instagram gefragt, ja, wie würdet ihr da vorgehen? Ich werde euch dann gleich auch die ganzen Schritte, wie ich sie jetzt gleich umsetze, noch nennen. Grundsätzlich kann ich euch nicht sagen, was das für ein Metallmaterial ist, weil es nicht draufsteht. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein Kohlenstoff-Stahl, der relativ viel Kohlenstoff hat, so wie ich es in der Schule, glaube ich, gelernt habe, weil die Funkenbildung viel, viel größer ist, als bei HSS-Stahl. Hochleistungsschnellarbeits-Stahl. HSS. So rum. Ich gebe euch hier einmal den Vergleich. Viele Funken. Und ihr habt hier schon viel, viel weniger Funken. Und das hier ist halt auch auf jeden Fall ein HSS-Stahl. Als Esse sollte mir in diesem Fall hier mein Grill dienen. Den habe ich in einem eigenen Projekt gebaut. Das ist eigentlich so eine Kombination aus Späneofen. Schaut euch das Video an, wenn ihr wissen möchtet, wie das funktioniert. Und auf jeden Fall habe ich hier noch diesen Zusatz, dass ich eine Heizquellette reinhängen kann, sodass ich da schnell eine große Hitze entwickeln kann. Das kommt mir in diesem Fall wirklich gelegen, denn so kann ich halt einfach die Holzkohle schön mit Luft befeuern, damit das Zeug richtig abgeht. Der Grill ist hier unten ein bisschen nass. Das liegt daran, dass das Wasser nicht so gut abläuft. Aus dem Grund lege ich mir hier schnell ein paar Hölzer unter, damit die Anzünder gleich nicht im Wasser liegen. Die Anzünder kann ich jetzt nämlich hier drauflegen. Ich kann hier meinen Rost holen und kann jetzt Holzkohle aufgeben. Sinnvoll wäre es, wenn ihr eure Drexel-Eisen, falls ihr das auch machen würdet, wäre es sinnvoll, wenn ihr vorher, wenn das Material nur weich ist, die Schneide in die richtige Form bringen würdet. Und wenn das Ganze später gehärtet ist, dann ist es natürlich hart und dann wird es viel mehr Anspruch nehmen. Dann wäre es viel mehr Arbeit, das Ganze zu härten. Aus dem Grund werde ich die jetzt noch in die richtige Form schleifen, weil die sind komplett verschliffen. Ich schleife die Werkzeuge hier in diesem Fall an meinen Doppelschleifer. Den werde ich auch später dazu benutzen, das Ding zu schärfen. Ich weiß noch nicht, ob das Video online ist, wo ich zeige, wie man das benutzt. Aber es gibt ein eigenes Video, wo ich zeige, wie ich das Ganze hier gebaut habe. Natürlich finde ich Schneide hier vorne jetzt blau, weil ich da relativ stark drauf drücke, aber ich werde sowieso härten. Aus dem Grund denke ich, dass das hier kein Problem sein sollte. Nochmal nachstellen. Wir haben jetzt hier die Form, die wir wollen und jetzt müssen wir natürlich noch das Heft runterklopfen. Das sollte eigentlich gar nicht so schön sein. Das können wir jetzt mal in unsere Esse legen. Jetzt schauen wir mal, wie die Hitze aussieht. Ja, das sieht schon relativ gut aus. So, das muss jetzt erst mal ein paar Minuten ab und bleiben. Ey, dass das so schnell glät, hätte ich wirklich nicht gedacht. Oh, ich glaube, es ist geschmolz schon. Darf nicht mehr magnetisch sein. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Das waren jetzt, glaube ich, keine zwei Minuten. Jetzt gucken wir mal, ob es noch magnetisch ist. Oh, da ist es auf jeden Fall noch magnetisch. Hier ist es auch noch. Ich hab auf jeden Fall jetzt all das Frittenfett geholt. Sieht nicht so appet clutch aus. Es glüeht vorne nicht mehr. Dann passe ich noch mal hitz. Hier gehen übrigens nochmal vielen lieben Dank an alle Leute raus, die mir hier geschrieben haben. Aber an einen ganz besonders, und zwar an Onkel Jan. Der hat nämlich quasi einmal von vorne bis hin einmal alles gesagt, was ich machen muss. Das sage ich hier, weil eigentlich sollte dass die sich gerade vorgeheizt sein ist es nicht ganz aber ich werde es bei dem einfach mal so ausprobieren jetzt kommt mich auch schon der nächste tipp wo ich nicht dran gedacht habe und zwar schauen wir jetzt mal jetzt machen wir mal die pfeilprobe und dann können wir nämlich gucken ob das jetzt so hart ist dass wir noch was abgetragen bekommen also ganz klar hier bei diesem fall ist logisch da war das viel zu lange in der heißen glut drin und ich habe viel zu viel luft reingepumpt und dann ist das ding halt einfach verglüht aber ihr habt ja auch in diesem kurzen ausschnitt gesehen dass ich tatsächlich ein drechsel eisen drin hatte und ich dann am schluss den feilen test gemacht habe ich glaube das sollte sich ein bisschen gläser nah anhören das war so der erste punkt und der zweite punkt war halt einfach dass das ding nicht wirklich viel härter geworden ist ich habe dann das ding normal geschärft habe ich nicht so einen großen unterschied gemerkt und als ich dann was gedrechselt habe habe ich wieder erwarten eigentlich so dieselben probleme gehabt wie zuvor die schneide wurde halt einfach zu schnell stumpf und aus dem grund habe ich die drechsel eisen ist auch nicht mehr dieses teil hier habe ich noch das ist so ein kleines andenkstück so für mich ein bisschen schade dass ich das nicht wirklich hart bekommen habe aber so konnte ich das werkzeug halt eben nicht benutzen als ich das thema auf instagram auch angesprochen habe haben mir viele gesagt ja holt ihr die werkzeugkennsilver und so weiter und so fort aber ich glaube da haben es panisch verstanden dass das werkzeug bestimmt schon 80 90 jahre alt war und ich überhaupt keine ahnung hatte was das für ein material war deswegen das war einfach mal so ein klassischer versuch um zu schauen was passiert ich habe herausgefunden dass es nicht so gut funktioniert hat aber wenn du noch einen vorschlag hättest du woran es eben gelegen hat dass es nicht funktioniert hat kannst du ihn auch gerne in die kommentare rein kloppen und jetzt kurz zu dem thema was ich ganz am anfang vom video auch schon angesprochen habe masken ich habe das gefühl dass es moment so die ware die die ganze welt möchte braucht und nach ihr sucht also vielleicht als kurze info was mich halt so ein bisschen genervt hat es hat mich gestört ich fand es teilweise auch ein bisschen perversen absurd die frage ob man sich damit schützt werde ich hier nicht erklären meine augen bringt es was weil man da einfach schon das verhindert wenn man jemandem rede dass man die außersehen anspuckt wenn man niest wird das dann auf jeden fall hängen bleiben und einem wird auf jeden fall mal klar wenn man so ein teil an hat wie oft man sich ins gesicht patscht das ist mir selbst auch schon aufgefallen noch eine sache es gibt auch ein eigenes erklärvideo deswegen mache ich das hier sehr sehr kurz für die leute die das interessiert auf der webseite wo man dann auch hier die masken kaufen kann ist ein eigenes erklärvideo was mich so von den masken erreicht hat waren halt so die folgenden informationen jeder sucht nach denen jeder will sie haben jeder will sie verkaufen aber es gibt moment keine okay dann kamen paar leute auf die idee wir nähen uns selbst artenschutzmasken um einfach die leute zu schützen um sie selbst zu schützen und halt eben um seine lieben zu schützen oder halt auch einfach fremde menschen und dann haben halt solche leute abmahnungen bekommen dass die sich eine artem schutz selbst genäht haben und haben den verkauft ein wiederverwendbarer schutz weil man den halt waschen kann aber die wurden halt abgemahnt weil das ganze artem schutz genannt haben und da war eben das problem ja es ist unbeschreiblich in so einer situation in so einer zeit solchen leuten abmahnungen aufzudrücken weil sie etwas für jeden verständlichen so genannt haben selbst genähter schutz wird wohl wahrscheinlich den meisten leuten klar sein dass das kein op vergleichbarer schutz ist ganz klar weil mich das thema einfach so ein bisschen gefuchst hat und ich mal gedacht habe hey das kann doch nicht wahr sein ich habe das gefühl ist es gibt zwar leute die die sachen importieren und halt eben auf den markt bringen können aber es gibt viel zu viele spezialisten die die ganze zeit darüber berichten dass es nicht gibt also mache ich mal das was die ganze leute nicht machen ich kümmer mich darum dass sie in deutschland sind und das habe ich gemacht gleich habe ich hier so einen kleinen beitrag dazu geleistet dass jetzt eben leute zu den masken oder masken erhalten können vielleicht kann man das so nennen auf jeden fall war es für mich ein großer punkt halt eben zu sagen hey jeder sagt das geht nicht und dann habe ich schon grundsätzliches problem damit zu sagen okay das geht nicht weil der typ das sagt dann wird es so sein aber es hat funktioniert jetzt als kurze information für euch das sind einfache 10er packen das sind einweg masken ich persönlich wird sie mehrmals benutzen die haben hier oben so ein metall bügel damit man den an die nase randrücken kann sieht man auf den bildern nicht so wirklich aber haben sie und genau ihr müsst halt einfach so hier drauf drücken und wenn ihr jetzt ausatmet und hier drauf so ein bisschen die brille beschlägt dann habt ihr hier die nicht richtig dran gedrückt ich hoffe ihr wisst um was es mir hier geht wie gesagt das ist eigentlich eine nullnummer wenn ich die auf meinem shop verkaufe aber mir ging es einfach mal darum zu sagen hey jeder sagt es geht nicht und da habe ich ein grundsätzliches problem mit geht nicht gibt es nicht es ist einfach es ist einfach einfach was wichtig ist die es oben verschleiß verschleiß verschweißt das bedeutet die ist oben wirklich zu und wenn er dann oben das ganze des siegel quasi aufgerissen habt dann habt ihr immer noch so ein druckverschluss dass sie die dann richtig sich zu machen könnt und da fällt fällt dann auch kein dreck rein das ist denke ich wichtig für die leute die dann so ein packen im auto haben und dann halt irgendwie zum beispiel auch so besuche dann bei kunden machen und bei denen dann irgendwie was warten müssen das ist eventuell dann ganz sinnvoll und ja hier steht es auf chinesisch weil die teile kommen auch aus china das ist ganz klar aber ja ich denke viele sehen viele sehen das immer noch als negativpunkt obwohl man sich dieses video jetzt vielleicht mit einem chinesisch hergestellten handy anschaut ist ein bisschen perfide aber zum glück bin ich nicht so pressesprecher um ernst richtig erste theme anzusprechen ich glaube dann wird die welt schon untergehen bin froh dass ich das hier mal in einer schönen kleinen holzwerkstatt machen kann und über so schöne themen sprechen kann wie zum beispiel drechseln oder zum beispiel die absaugung von meiner bandsäge denn um genau die geht es jetzt das war jetzt aber ein guter übergang ich habe euch in dem video gefragt ob ihr wisst warum dieses zeug hier nicht weiß wird beziehungsweise transparent das ist das richtige malacryl transparent das habe ich euch im video gezeigt und es hat sich danach herausgestellt dass es nach einem tag klar wurde also da würde ich mich ganz gerne berichtigen in dem video habe ich gesagt okay das wird anscheinend nicht mehr weiß nicht mehr transparent es würde aber transparent und von daher hat es doch das getan warum ich es auch gekauft habe dann habe ich noch eine interessante frage bekommen hier das ist übrigens auch die absaugung oben rechts verlinkt hallo philipp super umsetzung und klar sie erklärt wäre die kiste auch bei normaler verleimung mit holzleim dicht geworden oder braucht es da dieses spezielle dichtmittel ich kann es ja nicht genau sagen ich kann mal vorstellen dass es funktioniert hätte aber ich weiß halt eben dass durch die herstellung auf meiner tischkreissäge dann teilweise die schnittgefuge nicht wirklich richtig plan wird und da halt ebenso ein paar lücken kommen kann und ich wusste wenn ich das ding einmal zusammengebaut habe kann ich nicht mehr öffnen um es dann abzudichten aus dem grund bin ich direkt auf nummer sicher gegangen dann zum thema fehl luft die nachricht kam vom lieben jochen sie deine absaugung an der filterbeutelklappe fehl luft oder hast du die zusätzlich abgedichtet ich gehe direkt auf zwei punkte ein die wichtig sind und zwar sind das hier die klappen ich nenne sie mal ganz gern wartungsklappen weil sich dann so mega technisch anhört die habe ich mit solchen kompriband versehen damit hat einfach so eine luftdichte verbindung zwischen hier dem brett und dem gehäuse an sich herrscht dann habe ich aber noch eine stelle die wichtig war am staubsaugerbeutel und da habe ich kein dichtmaterial das ist der staubsaugerbeutel wie beim normalen staubsauger den schiebt man da rein und der zieht sich dann fest durch den unterdruck noch eine sache da kann ich euch das leider nicht zeigen und zwar ist hier die staubsaugerturbine da hinten wird die luft raus geblasen ohne super super wichtige nachricht oder frage von rudy wimmer wird so eine turbine bei längerer benutzung warm und setzt sich ja die wird sehr sehr warm aber dadurch dass die abluft am motor vorbeigeleitet wird hast du quasi immer einen richtigen luftstrom dass die warme luft weg transportiert wird das heißt die wird relativ schnell waren aber nicht so waren dass es problematisch wird aber ich gebe dir recht das ist genau so ein grund warum ich da zum beispiel kein dämmmaterial reingemacht habe weil ich kann mir halt vorstellen wenn man hinten mal unvorsichtig was vor die abluftklappe hinstellt oder das ding irgendwie ein bisschen verstopft ist und da nicht mehr so viel luft dran vorbeigeblasen wird dann könnte es vielleicht ein bisschen zu warm werden jetzt nicht unbedingt fürs holz sondern halt für das dämmmaterial deswegen habe ich auf irgendwelche dämmmatten damit es nicht so laut ist komplett verzichtet weil ich da ein bisschen zu viel schiss vor hätte dass da irgendwas kugelt dann habe ich noch eine nachricht vom lieben florian bekommen für die elektronik würde ich das eltaco relais nutzen das bluefoot vorgestellt hat super simpel und kostet nur um die 30 40 euro vielen dank für deine nachricht und ich habe mich wirklich bei diesem absaug problem jetzt wirklich dafür entschieden dazu entschieden gar nichts an der elektronik zu machen ich werde ein lichtschalter verbauen mit dem ich dann die absaugung einschalten kann das ist okay aber alles wo es dann wirklich zu relais kommt und wo es wirklich gefährlich werden kann wenn man da was falsch macht da lasse ich dann lieber die finger davon und genau soviel dazu aber viele viele haben mir wirklich den kanal bluefoot vorgeschlagen und ich habe den davor auch nicht gekannt aus dem grund werde ich dir noch unten in der video beschreibung verlinken weil er einfach einen guten kanal hat und mit solchen fragen könnt ihr euch wirklich an ihn wenden und genau ich habe da ist auch gar nichts abgeklärt ich denke mal nur wenn wenn es einen wirklich guten kanal gibt der guten content liefert und auch wirklich gute antworten auf fragen stellt derzeit einfach verdient noch ein bisschen mehr gepusht zu werden also ich verlinke den kanal in der video beschreibung ist ein sehr sehr guter kanal und schaut auch sehr sehr sympathisch aus ja jetzt geht es doch wieder oder keine ahnung wie lange dieses video schon wieder geworden ist ansonsten war es das nämlich jetzt mit den neuigkeiten es gab noch zwei weitere videos auf meinem kanal da gab es tatsächlich keine fragen die ich jetzt beantworten könnte und es waren dreckste projekt und was war es noch ja es war noch ein dreckste projekt also wenn dich dreckste interessiert gibt es auf meinem kanal jeden fall noch zwei dreckste projekte schön dass bis jetzt am video dran geblieben bist ich finde ich noch ein ganz ganz tolles eine ganz ganz tolle woche alter ich bin verstrahlt wie sau und sagt bis zum nächsten video tschüss ist doch was wer koche will dann wo 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 wo